Sack! Knifen ist eine Kunst. So, jetzt schaffe ich mir auch mal Feuer, die P90. Dann kann ich mich schon ein bisschen Munition davon aufsammeln. Weil die irgendwie... Die ganzen Gegner rennen hier mit P90 rum. So, als ob sie sich nichts anderes leisten können. Oh Gott. Oh. Ich hätte Feuer nachladen sollen und dann rausstürmen. Alter, ich sehe alle auf dem Hoden hocken da, ne? Lol, Granate. Geh weg, Kumpel! Lol. Ich bin doch relativ nah dran. Hätte ich vielleicht weniger Show und mehr Rettungsaktion machen sollen. Ich fahre Private Adams. Er ist Adam und ich bin Eva. Aber wenig Munition. War ja nicht gerade noch eine Pistole? Dach. Alles klar. Die nächsten Haltestellen überprüfen. Finden Sie aus, wo Sie hin wollen. Roger. So, jetzt kann ich mir aber nichts sagen. Okay, jetzt muss ich da einsteigen, schnell. Geh ich mich rein. Ah, geht doch. Und jetzt? Ähm. Müssen wir jetzt den Zug verfolgen? Oh oh. Ich würde mich gerne festhalten, aber ich habe die ganze Zeit meine Knarre in der Hand. Ach, ich dachte, da hinten so. Boah. Ach, da drin ist ein... Ah. Sieh, ich dachte, hinter uns, wenn jetzt. Oh Gott. Oh. Müssen wir immer so die Seiten wechseln. Der ist erledigt. Oh Gott. Aber das klappt relativ gut, die Türschießen, wenn man gleich die Geschwindigkeit hat. Okay, der hintere Waggon ist schon mal fast leer. Ich glaube, jetzt ist er leer. Loll. Ja, jetzt wollen wir da wieder Leute zunehmen. Ja, genau. Komm. Oh Gott, Zivilisten. Zivilisten. Ich will sie nicht erschießen. 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 Puh. Oh Gott, hat sich jetzt die Hälfte meiner Munition verbuddelt? Verbuddelt. Puh. Ich sah ein Weißes Licht auf mich zukommen. So, der muss auch noch... Können wir da jetzt nicht reinspringen einfach? Hallo Kumpel. Aha. Wie geht's euch beiden? Ich glaube doch, im Gegner sind wir. Ja, ist mir schon klar. Ganz so... wie Tadels und dumm und gingen hat, bin ich ja auch nicht. Ich würde mir gerne noch ein bisschen Munition saven eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Was? Wir gehen zum Führer? So. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Fahr nach rechts, Fahr nach rechts, Fahr nach rechts, Fahr nach rechts, Fahr nach rechts. Oh Gott. Anhalten, anhalten, anhalten. Oh Gott, den kann ich noch mehr erklappen. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ja. Das war's leider mit unserem schönen Juri. Oh, ne, doch nicht. Oh, uh, 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 uh... Ah... Ah, aber kaum hat man eine Waffe in der Hand. Läuft alles wieder gut. Äh. Ja, genau. Als ob genau irgendwer überleben würde. Nach so einem Unfall. Als ob wir überlebt hätten. Achso. Was hat der denn da? Slow motion in Fallen oder was? Leute. Ich hätte beinahe wieder meinen Kumpel erschossen, ey. Wieso kennzeichnet ihr euch nicht besser? Ja, toll. Ich hab ja noch die P90. Leute, die ist doch wieder vollgeladen. Okay, nice. Das ist praktisch. Das ist praktisch, aber auf der anderen Seite wiederum auch unrealistisch. Alter. Oh. Tut mir aber leid. Wo müssen wir hin? Achso. Oh Gott. Was? Oh lol. Oh Gott. Und. Die sind Zivilisten. Darf man nicht abschließen? Das ist gegen die Regeln. Die Beine auch noch weg. Wie geht es? Ja, auch noch oben. Ja. Oh 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 oh. Blubblubblubblubblubblublub γ proceed. sie abschießen hier Mr. Warcraft da hat er hat da hat er hat er hat er hat die Abblenken bevor die Fortport Steht mir doch nicht im Weg rum. Ihr dummen Gegner. So. Ich habe mir noch die Knife-Power eingesetzt. Und. Na, die haben mich doch hier schon erwartet. Wieso haben wir auch alle stumpf nur einfach dahin rennen und sterben? Alle stehen hintereinander. Wie die Beatles. Obwohl die noch nicht alle tot sind, aber das ist ja halb so wichtig. Äh. Was ist unser? Hm. Das ist holographisch eigentlich. Oh ne, das ist scheiße. Rotpunkt Visier ist schon aus kurzem. Ah, soll der folgen? Hallo, bis der Zugführer. Über Polizist. Hallo, Passanten. Leute, leck. Leck. Der Truck ist jede Sekunde hier. Wir müssen den Wasser abriegeln. So fahrt. Okay. Straßensperre. Da ist der Truck. Feuer frei. Auf den Truck. Auf den Truck. Oh lolol. Ach, ich dachte, der rutscht jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich. Mann. Ach. Mann. Ich wollte erster beim Truck sein. Der Truck ist erledigt. Erster. Wie ist der Status der Anderen? Okay. Bitte komm. Dave, Blake. Wo sind die Trucks? Was? Wo sind die Trucks? Mit den Pappbechern? Der Davis Familienurlaub. London. Tag 3. Freak. Ja. Big Ben. Oh. Oh, ist das süß. Schatz, hast du das? Ja. Daddy, schau mal hier drüben. Hier bin ich, Daddy. Oh, mach so schön. Sarah, geh nicht so weit. Pass auf, Sarah. Genau, pass auf. Äh. Da ist gerade so ein Fuzi aus dem Truck gelaufen. Sarah? Äh. Frau? Oh lolol. Ähm. Meine. Mein Kind. Meine Frau. Ich hab Gas eingeatmet. Ja, Rammstein, wir werden angegriffen. Rammstein. Die Kontaminierungseinheiten. Kein Gas. Uns greifen hier russische Bodentruppen an. Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Bodentruppen. Die ganze russische Armee fordert sofort die Unterstützung. Berichten Augenzeugen von russischen Panzern auf der Champs-Elysées. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Cool, Hamburg. Das ist hier Overlog. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Oh, ich war schon mal in Hamburg. Das finde ich bestimmt ganz interessant, das so mal, äh, so zu sehen, wie die das hier nachgemodelt haben. Und ich denke mal, die werden das auch original nachgemodelt haben. Also nicht jetzt irgendwie so, äh, ein bisschen was ausgedacht haben, wie das aussieht. Code Armour Gold Post. Äh, Gold Post, ja. 6. Oktober, 13.01. Sgt. Sgt. Leute. Äh, ich denke, diese Missionen werden wir aber beim nächsten Mal zocken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht es ja auch beim nächsten Mal bei Call of Duty. Haut rein.